Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Wildflowers. Ja, Brot. Achso, ich wollte eins aber noch mal ganz kurz gucken. Nämlich, was wir sonst noch haben. Dieses Pilzzeug, da brauchen wir Mehl für. Ich meine, dass das nicht so schlecht gewesen wäre. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Fischstäbchen trotzdem noch die besten gewesen sind. Fisch hatten wir jetzt einen geangelt. Das können wir noch mal herstellen. So, jetzt ist die Frage. Getränke. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Was? Disteln und Mondblumen brauche ich dafür. Lieblings Stärkungstee. Den probiere ich wirklich mal aus. Den, also das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dafür brauchen wir die Blaubeeren. Okay, aber wir haben noch keine anderen Beeren. Honig ist auch schön, aber da haben wir auch noch nichts für. Was ist mit den Sachen? Da brauchen wir Zucker für. Ja, da steht jetzt leider nicht drin, wie viel wir jetzt dafür bekommen. Aber den Stärkungstee, also den könnten wir mal ausprobieren. Das ist richtig. So, was ich euch nicht mehr gezeigt hatte, ich habe noch einmal diesen Trank reingeworfen, als ich den geholt hatte, weil wir hatten nämlich noch genug von den Vorräten. Jetzt haben wir natürlich keine Allraune mehr, was schade ist. Ich meine, ja, theoretisch könnte ich sie kaufen. Achso, da brauche ich... Moment, ist der Blumenkohl schon fertig? Der sieht so... Ne, noch einen Tag. Ich wollte gerade sagen, der sieht so fertig aus irgendwie. Okay, dann schauen wir noch mal hier. Weil wir sieben Uhr haben. Ich glaube, da ist die sowieso noch nicht da. Die von der Schmiede. Schauen wir hier noch mal eben nach, ob wir hier noch was finden. Pilz ist auch immer gut. Ich will natürlich... Achso. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob bei den großen Bäumen eventuell mehr rauskommt. Aber da wir natürlich alles, was wir holen können, brauchen, nehme ich die jetzt auf jeden Fall noch mit. So, hier hinten scheint leider nichts mehr zu sein. Auch kein Unkraut. Doch, da ist einmal Unkraut. Na komm. So, Mine muss ich ja sowieso noch mal hin. Da laufe ich dann gleich noch mal hin. Wir gehen jetzt noch mal erstmal zu Thomas. In der Hoffnung, dass der auch so früh schon auf ist und draußen ist. Ja, er steht mitten im Regen rum. Okay. Nicht zur Seite laufen. Ich will kurz mit dir reden. Ja. Wobei das Werkzeug, glaube ich, ist jetzt erstmal wirklich das, was wir am meisten vernachlässigen können. Oh, sehr schön. Hier ist noch ein Hexenkraut. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, würde ich sagen, gehen wir auch von hier aus direkt mal zum Strand. Oh, Kitty. Hallo. Die ist sehr oft hier irgendwie, oder? Und wieder ein goldenes Herz und trotzdem sind wir immer noch nicht höher. Ich verstehe das System irgendwie nicht. Keine Ahnung. So, eine Muschelschale haben wir. Das war jetzt nicht viel, aber immerhin. Dann können wir vielleicht auch noch gucken, ob wir noch eine Banane finden. Ich würde nämlich gerne Bananenkuchen auch machen. Ich weiß aber nicht, in welchem Rezept der Bananenkuchen versteckt ist. Beziehungsweise, ob man den überhaupt als Rezept kaufen kann. Okay. Wir kriegen aber so, wie es aussieht, gar nichts heute. Schade. Oh. Hallöchen. Auf dich habe ich gewartet. Ja, mir würden da so einige Orte einfallen. So. Oh, dich erwischen wir auch noch vorher. Hallöchen. Ja, nicht nur manchmal. Sehr oft sogar. So. Dann laufen wir mal direkt nach oben. In der Hoffnung, dass die schon offen hat. Ich bin mir bei ihr ehrlich gesagt nicht so sicher. Es kann sein, dass sie erst... Naja, natürlich hat sie noch nicht geöffnet. So, euch können wir direkt schon mal alle hier... Ne, du gehst ja sowieso hier vorne ins Geschäft. Pounding dough is great stress relief. Whenever Francis and I get in a fight, I sell a lot of loaves the next day. Noch nicht schlecht. So. Ja, er hat eröffnet. Sehr schön. Dann gucke ich jetzt aber vorher noch mal eben... Ach, jetzt hat... Wo kam sie denn jetzt her? Hinter meinen Rücken hat sie plötzlich eröffnet. So, so. Oh ja, da kann, glaube ich, jeder von uns ein Lied von singen. So. Jetzt aber bitte. Give me the Kupfer, Ex. Ich weiß gar nicht, was Kupfer auf Englisch heißt. Ich habe schon wieder zu wenig Minecraft gespielt in letzter Zeit. Nein, ich muss auch noch fünf Holz dafür. Aber na gut, ich meine, ne? Ist stark genug, um Bäume aus dem härtesten Holz zu fällen. So, und Gold? Was macht die denn? Verbraucht weniger Energie. Naja, gut, okay. Zwölf Goldbarren. Wollt ihr mich? Anzaft jetzt. So, die können wir auch direkt machen. So, danke, danke, vielen Dank. Den Rest erledigen wir dann später. Wir wollen das jetzt erstmal ausprobieren. Mal schauen. Oh, das ist geil. Na gut. Wird natürlich immer noch Energie verbraucht. Trotzdem drei. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Das könnte ich jetzt auch noch. Aber ich glaube, wenn ich das mache, dann ist der Baum ganz weg, nehme ich mal an. Und ich hau trotzdem nur dreimal drauf, aber kann sechsmal den Baum ernten. Vielleicht auch manchmal nur fünfmal, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja geil. Eins, zwei, drei. Nein, nein! Oh, ist die blöd, oder was? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ähm, elf, zwölf, dreizehn. Ich denke mal, drei oder so sind jetzt vom Stumpf gekommen. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet. Ähm, ähm, das war aber noch nicht fertig, oder? Ähm, 75. Dann machen wir noch einen Baum. Oh, das ist so geil. Und das Geilste daran, finde ich immer noch, dass die nicht kaputt gehen. Also die, äh, das Werkzeug. Das finde ich richtig, richtig klasse. Nein, nein, nein. Du sollst es aufnehmen, ja. Ja, okay. Gut. Ähm, da müssen wir zu ihm, glaube ich, hingehen, damit wir es aktivieren können, ne? Oh Gott, ist schon wieder so lange her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich bitte die Farm machen können. Wir haben doch jetzt auch alle Voraussetzungen, oder? Das hat so geblinkt eben. Das haben wir, das haben wir. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Ach so, wir haben die Axt bezahlt. Oh nein! Ah, Moment. Ähm. Das ist die große Frage. Ja, sie hat geöffnet. Das ist schon mal gut. Kann ich bei dir die Fischstäbchen... Nee, die konnte ich oben verkaufen. Ah, ja, ja. Maybe longer if you count my ancestor Helga Dahl's shop that stood on this spot. It burned down in the great Fairhaven fire of 1817. Oh no. That sounds terrible. Was Helga okay? Oh yes. She was acquitted. That's not what I... The Constable thought she started it. But he had no proof, did he? Okay. Ach so, nein, ich wollte eigentlich nichts kaufen. Ach so, doch, ich wollte ja verkaufen. Hier wollte ich hin, genau. Ähm, Kartoffeln. Kartoffeln können wir verkaufen. Da haben wir jetzt gerade nichts mit. Karotten können ich anbauen. Karotten bringen sogar noch mehr, sehe ich gerade. Ja, was mache ich jetzt? Ähm, gut, auf die Kartoffeln. Da warten wir ja sowieso. Ähm. Da brauche ich nur so viel, bis ich das verkaufen kann. Ich mache mal... Äh, die... Neh mal den Kokosnussen, bin ich mir nicht so sicher, weil die sind ja... Da noch eine von. So, ich würde wahrscheinlich eh nie Bananenbrot machen können, keine Ahnung. Ach so, halt. Ich hätte jetzt gucken können wegen einem Rezept. Ähm, die verkauft aber gar keine Rezepte, oder? Das macht nur der Bäcker da wahrscheinlich. Dann gehen wir da auch gleich nochmal hin. Erst reden wir doch mit dir, Dude. Ich werde älter, aber ich fühle niemals älter. Es ist wie, dass Zeit stoppt, wenn man einen bestimmten Punkt in der Welt hat. Ja, so mit 20 rum ungefähr. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Oh, sehr geil. Sie ist da. Äh, bist du es leid, eine Nachtäule zu sein? Damon, do you ever get tired of having to keep such late hours all the time? Ja, du rebt mein Mind to tell you the truth. Ich bin ehrlich, ich bin sick von der Nacht-Out-Liefe. Ich erinnere mich als ich als Kind, in der Frühstück, in der Frühstück, während mein Paar schnort auf dem Couch. Er war da so er nicht so erinnert, wenn ich mein Ma bin, wenn er in ist. Ich weiß nicht, dass meine Kinder haben das kind of relationship mit mir, you know? Not that I'm ready for kids, but, you know, someday. I understand. Well, thanks for letting me ramble. Yay. Aber wir können trotzdem noch mit ihm reden, ne? Ne, doch nicht mehr. Habe ich ihn schon angesprochen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Genau, lauf. Ah, ruined again. Ah, is everything all right? I burn the caramel again. Giacomo would always say, I should just buy it in the store, but it's not the same. I could never serve a dessert made with caramel from a jar. Like, some highway truck stop. I am pride, you know? Oh, I agree. Store caramel is basically the devil. It is. It truly is. Okay. So, nein, halt. Rezepte für Getränke-Gurus. Wenn ich da jetzt draufklicke, muss ich das... Nein! Oh, muss ich das aber noch bestätigen, ne? Rezepte für Pizza-Bäcker. Ach so, wir sind ja auch gar nicht beim... Ja, das war jetzt doof eigentlich. Ach, das waren gar nicht 150, das waren 100 für die Fischstäbchen. Ah. Muss ich doch noch irgendwas für 50 verkaufen? Hä? Wo habe ich das denn jetzt her? Bagel? Ach, die Sachen habe ich, glaube ich, mal gekauft, oder? Blumenkohlsuppe? Eisbrot? Eisbrot? Wieso kann ich die Sachen verkaufen? Essen kann ich die doch gar nicht. Moment. Jetzt macht mich hier nicht fertig. Inventar. Nahrung steht doch nur da oben. Hä? Hä? Als Nahrung habe ich nur die drei Sachen, die ich selber habe, drin? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Aber bei ihr verkaufen kann ich die anderen Sachen, die ich gekauft habe bei ihr, oder was? Hä? Hä? Das verwirrt mich jetzt wirklich. Ähm. Bagel? Beeren-Smoothie? Das sind aber alles Sachen, glaube ich, die von irgendjemandem das Lieblingsessen sind. Ich habe eine Liste auf meinen Blog draufgesetzt. Die Lieblingsessen von allen Leuten. Ja, ich gebe zu, ich habe mich da selber vorher mal informiert, weil ich hatte gedacht, dass ich über das Lieblingsessen eventuell mit der Beziehung da, mit diesem Beziehungskram weiterkomme. Ähm. Aber das hat ja irgendwie nicht so ganz geklappt. Man kann die dadurch wohl nur generell schneller leveln, aber das hat da nichts damit zu tun, dass man mit irgendjemandem anbandeln kann. Maisbrot, hier habe ich wirklich viel Fischeintopf, aber essen kann ich den ganzen Kram nur, wenn ich den selber gemacht habe. Honig zu Drohentee? Oh Gott, okay. Ähm. Jetzt muss ich mal eben schauen. So, wenn wir uns jetzt zu denen setzen. Da können wir aber nur die Sachen... Hä? Da können wir nur die Sachen als Geschenke abgeben, die wir selber erstellt haben. Das Spiel verwirrt mich jetzt gerade total. Also, wenn ihr da vielleicht mehr wisst, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Warum kann ich Sachen zum Beispiel bei ihr kaufen, die ich dann aber anderen nicht verschenken kann? Das war ja ursprünglich mal der Plan. Und warum kann ich Sachen, die mir gegeben wurden, weil da bestimmt auch die eine oder andere Sache drin gewesen, die mir gegeben worden ist. Ich habe die ja nicht alle gekauft. Warum kann ich die... Ähm. Achso. Ach nee, wir wollten noch zu dem einen, genau. Warum kann ich die jetzt niemand anderem weiter verschenken? Weil der Sinn, wie gesagt, war ja eigentlich... Ist der Bäcker geöffnet? Ja. Der Sinn war ja eigentlich, ähm... Dass ich was kaufe, um das dann halt weiter zu verschenken. Und den Teil verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht. So. Also. Oh ja. Für 160 kriegt man die Schoko-Cupcakes. Ich schreibe das mal auf. 160 Gold. Ähm. Das ist natürlich schon viel, aber das sollte man sich merken. Bananenbrot kostet auch 160. Wobei die Cupcakes, meine ich, haben mehr gemacht. Ich glaube, das Bananenbrot hat nicht so viel gebracht. Rezepte für Bäcker. Da ist auch das Bananenbrot drin. Ihr seid so scheiße, ganz ehrlich. Äh. Ja, ich würde es gerne machen mit dem Typen. Also nicht so, ähm, also dass ich das fertig stelle. Aber die 100, bin ich ganz ehrlich, ich kaufe das jetzt. Das ist, ähm... Ja, ich kann... Achso, Cupcakes waren auch dabei. Sehe ich jetzt gerade erst. Ich gehe jetzt hier nochmal eben die Reihe durch. Sagst du wieder das gleich? Ja, das kommt noch, Otto. Dafür muss ich aber leider sehr viel sparen. Wenn du mir Geld geben würdest, hätte ich das Problem nicht. So, Violet. Did you grow up here? Yes. My dad used to be mayor actually. Before mayor soft. Oh. I guess Otto is not your favorite person then. No, it wasn't even his fault. My dad withdrew his reelection bid before the first debate. Otto just coasted to an easy victory. I hope they run someone stronger against him this time. Nee, da kann ich auch immer nur das gleiche machen. Äh, ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Warum kann man die Sachen, die man gekauft hat, nicht... Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob mir das nicht schon vorher aufgefallen ist. Und ich mich da in der Episode dann auch dementsprechend schon darüber aufgeregt habe. Ich gehe jetzt mal kurz nach Hause. Guck mal, was wir alles brauchen, um dieses Bananenbrot zu backen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil, es kommt natürlich jetzt darauf an, ist das jetzt etwas, was wir leicht machen können oder nicht. So, Ofen... Im Ofen... Achso, als Dessert gilt das, okay. Da brauchen wir eine Nuss für. Wollt ihr mich denn wirklich... Ach, von allen hätte ich drei... Ich könnte drei Sachen machen, aber ich habe keine Nuss. Eine Walnuss auch noch. Die können wir nicht bei ihr kaufen, soweit ich weiß. Was kriege ich die denn her? Und Schokoladencupcakes. Oh, die könnte ich auch machen. Allerdings kosten die doch schon einiges so an Herstellungskosten. Aber der Zucker fehlt mir. Das heißt, zweimal Zucker müsste ich dann holen, um die herzustellen. Können wir hier irgendetwas machen? Ja gut, die Fischstäbchen, ne? Also das Einzige, was ich jetzt machen könnte, tatsächlich wäre, mir eins von denen jetzt rein zu pfeifen. Ich meine gut, die anderen Sachen haben wir ja jetzt, ne? Wir haben jetzt, äh... Wir haben jetzt genug Holz und so weiter. Dann könnte ich jetzt noch eine kleine Angeltour theoretisch machen. Ist hier was Größeres zufällig drin? Ne, da sind nur kleine... Kleine Fischlein drin. Dann gehe ich mal nach unten. Das wird ja, im Endeffekt würde es ja schon reichen, wenn ich jetzt zwei Fische angeln würde. So, hier sind doch bestimmt welche, oder? Ja, sind auch ein paar Größere oder Quatsch. Achso, ja. Ja, ja, ist okay. So, wir probieren mal den... Wein. Wir probieren keinen Wein. Ähm... Was? Das Trinken von Wein stellt etwas Magie wieder her, kostet aber Energie. Okay. Äh, gut. Dann... Ich weiß aber nicht, wie viel das jetzt ist, wenn wir das jetzt damit machen. Das ist das Problem. Aber den wollen wir... Achso, doch. Okay, der Stärkungstee... Stärkungstee... Ja, das... Das ist nicht ganz die Hälfte. Stärkungstee... Schreibe mal etwa die Hälfte, schreibe ich mal auf. Das ist ein bisschen weniger. Aber gut, den können wir dann trinken. Der würde dann ja reichen, auf jeden Fall zum Angeln. So... Würde ich sagen, machen wir zweimal Fischstäbchen. Ja, das war der Große. Ich wollte nur gerade nochmal gucken, ist es jetzt der Große gewesen oder nicht? Ah, da ist Bruno. Beeil dich. Beeil dich. Ich muss mit Bruno sprechen. Ja, die Blume sind sowieso nicht alles. Im Gegenteil. Kitty! Lass ihn erstmal durch. Kitty? Damit er sich so doof aussieht. Ja, ich weiß nicht, wollen wir bei Kitty endlich mal weiterkommen. Keine Ahnung. Das ist ja jetzt schon ein goldenes Herz aufgefüllt und irgendwie hat uns das trotzdem nichts gebracht. Also ich weiß es nicht. Ist wann die Katze da endlich mal... Jetzt haben wir ja gar keine Stellen mehr, wo große Fische drin sind. Ich brauche aber nach Möglichkeit einen großen Fisch, aus dem ich Fischstäbchen machen kann. Liegt das jetzt hier irgendwie vielleicht an einem Regen? Ich meine, Regen ist gut, um Regenwürmer zu bekommen. Das hört sich doof an, aber es ist tatsächlich so. Mit dir haben wir heute schon gesprochen, oder? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir mit ihm gesprochen haben, aber vorsichtshalber gehe ich doch nochmal eben nach da. Ja, 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 okay, gut. Ich dachte schon. Okay, weil das sind so viele Leute und dann muss man überall überlegen. Habe ich jetzt heute schon mit denen gesprochen? Habe ich mit dem jetzt unterwegs schon gesprochen, als ich auf dem Weg dahin war oder nicht? Und... Ah, also das wäre schön, wenn man da direkt irgendwie den Hinweis kriegen könnte. Nach dem Motto, den hattest du heute schon, mit dem hast du schon gesprochen. Ah, hier, das ist doch perfekt. Ist auch nochmal so einer. Ja, das dauert jetzt wieder, bis der dran ist, den ich eigentlich haben will. Ist ähnlich wie mit der Männerwahl. Jetzt trinkt man einmal einen Schluck nebenbei und schon hat man den, eine Angel, den man haben will. Super. Okay, Tintenfisch. Dann, weil ich ja jetzt nichts mehr sammeln muss heute, würde ich sagen, nehmen wir hier auch nochmal eben, dass wir noch einen fangen können. Ja, jetzt geht erst der kleinere dran, das war mir klar. Heute habe ich auch keine nervösen Finger. Heute nehme ich jetzt auch nicht die, die ich nicht haben will, hoffe ich mal. So, das heißt, wenn irgendetwas sein sollte, kann ich zur Not nämlich noch was verkaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein Rezeptbuch brauche oder irgendwas. Also das mit den Rezeptbüchern scheint ja wirklich gar nicht so schlecht zu sein. Waren wir hier liegen es jetzt eigentlich heute schon? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber da scheint jetzt kein, kein Ungeheuer, wollte ich gerade sagen. Da scheint jetzt kein Unkraut oder so zu sein. Ja, ich denke, wir sind da schon durch gewesen. Wir waren aber noch nicht hier, fällt mir gerade auf. Diesmal ohne Wurm, schade. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch kein Unkraut hier, weil wir noch gar nicht da waren. So, unten der Trank, den konnten wir jetzt nicht erneuern. Warum bin ich jetzt hier reingelaufen? Wegen der Fischstäbchen, genau. So, dann machen wir mal ein paar Fischstäbchen. Achso. Aus, dann habe ich, ich hätte schon die ganze Zeit welche machen können, oder was? Nur der geht nicht. Oder habe ich die, nee, ich habe die Auster aufgehoben, oder? Ich weiß es gerade nicht. Es soll jetzt auch egal sein, ich habe Fischstäbchen. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich habe jetzt aber auch gerade nur drei gemacht, ne? Also ich glaube, dann habe ich sogar irgendwo noch einen Fisch, den ich jetzt unterschlagen habe. Ist aber nicht schlimm. Die drei habe ich gemacht. Das hoffe ich nur. Dass ich nicht falsch laufe. Nee, das Café war unten, ne? Das ist aber jetzt... Doch, das ist jetzt rechts von mir. War ich bei dir? Doch, bei dir war ich, glaube ich, heute auch schon. Zucker. Wollte ich nicht irgendwie Zucker oder so holen? War ich bei ihr schon heute? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wenn sie hier ist, arbeitet sie ja nicht. Also eigentlich dürfte das nicht sein, dass ich bei ihr war. So, Fischstäbchen. Wir wollten ja zweimal verkaufen. So. Jetzt gucken wir nochmal kurz, ob ich mit dir noch sprechen kann, oder ob ich dich unterwegs schon angepasst habe. Hallo, so viel Dreck verbreiten wir ja auch nicht, dass du Dreck fegen musst. So. Mehl. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel ich jetzt mit Mehl brauche. Da brauche ich glatte Tausend auf jeden Fall. 56 hätte ich dann noch. Nee, das war kein Mehl, das war Zucker. Okay. Das heißt, einmal kann ich Zucker kaufen. So. Was mich jetzt noch interessieren würde... Ähm, nee, sie verkauft das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, ehrlich gesagt. Aber sie verkauft nicht das, was wir noch brauchen. Oh, wir haben 50 für die Milch bekommen und wir müssen 100 dafür bezahlen. Das ist Wucher. Ernsthaft. Aber gut, ich mache jetzt eine eigene Ranch auf, dann kriege ich meine eigenen Eier und meine eigene Milch. Und vorausgesetzt, der Typ ist überhaupt da. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt, ähm, ja. Schauen wir mal eben. Oh ja, doch, ist doch offen. Oh, ich dachte schon. So. Naja, geht so. So, Werkzeugschuppen brauchen wir nicht. Gemüsebeet auch nicht. Aber die Ranch möchte ich gerne haben. Yes. Ach ja, stimmt. Das geht ja nicht sofort. Scheiße. Ich bin traurig. Ich hoffe, das steht morgen wenigstens da. Oh, was ist das? Das kann ich... Ach so, stimmt. Da habe ich am Anfang, glaube ich, gehackt, oder? Das habe ich anfangs benutzt. Aber ich habe lange keine herumliegenden Äste mehr gesehen, muss ich sagen. So. Ähm, einmal draufhauen, glaube ich, nur, ne? Ja. Aber das ist geil. Weil da oben ist jetzt nichts mehr. Ähm. Du warst nicht... Aber dich hatte ich heute schon, ne? Bin mir eigentlich sicher. Ja, dich hatte ich schon. Okay. So. Oh, ist das schön. Ich brauche nicht mehr auf die kleinen Bäumchen zu achten. Ich kann einfach das machen, was ich möchte. Stimmt, das ist ja auch eine Engelstelle. Ähm. Haben wir hier sonst noch irgendwas mit ihm? Können wir noch reden? Hier ist aber kein Pilz. Ah, ah, ah. Na, Alraune. Nimm die. Nein, nimm die Alraune. Wehe, du machst mir jetzt. Ja. Holzhacken will ich nämlich gerade nicht. Wobei wir das auch mal wieder machen müssten zwischendurch. Ja. Ich habe nur zweimal draufhauen jetzt noch übrig, ne? Ich würde so oder so kann ich hier nichts machen. Ich könnte damit jetzt noch zweimal angeln gehen. Das ja. Ach so, Moment. Wir hatten doch hier eine Engelstelle. Könnten wir direkt schon mal hier im Wald machen. Und ja, wir überziehen die Folge heute jetzt ein klein wenig. Aber ich denke mal, das wird nicht so schlimm sein. Weil wir werden ja so oder so nach dem Angeln dann aufhören. Oh nein. Oh Gott. Wollt aber einen Fisch angeln. Ihr seid so gemein. Oh, quick. Nein, vergiss das. Ist doch klar, dass ich dann das Rezept nehme. Ich dachte gerade, der Fisch ist jetzt noch da rangegangen. Ist es ein Rezept? Es ist ein Rezept. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall mit Fisch und Pilzen, wenn ich das... Oder Kartoffeln vielleicht, wenn ich das richtig sehe. Da hinten sind übrigens auch noch Fische am Schwimmen. Ah ja, jetzt sehe ich, ob das da eine Angelstelle ist. Haha. Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Was ist mit dir? War ich heute schon in der Schule? Keine Ahnung. Egal, ich angle jetzt erst nochmal. So. Hinten steht auch Angelstelle. Ist dann da oben auch noch was? Oh, quick. Nein, ich angle keine Köderfische. Genau, dich nehmen wir. Sieht doch irgendwie seltsam lila aus. Was ist das für ein Fisch? Ein Karpfen. Ach so, ich ziehe ihn lila raus. Ja, eklig. Der ist tatsächlich eklig, wenn er lila ist, der Fisch. Wer weiß, was für Giftmüll der schon Intus hat. Wobei, ich denke mal, hier auf der Insel wahrscheinlich eher weniger. Ähm, ich sehe nichts. Doch, da ist ein großer Fisch bei. So. Das wird dann unsere letzte Aktion für heute sein. Na? Und dann hoffe ich inständig, dass wir den Tag beenden können und dann wirklich am nächsten Tag, also sprich in der nächsten Folge, die Ranch da ist. So. Ein Wels. Den habe ich aber, glaube ich, schon mal gefangen, meine ich. So, ich gucke trotzdem nochmal, ob ich mit dir nochmal kurz reden kann. Oh, tatsächlich. Was ist passiert, Juliette? Du schaust unten. Sebastian hat gesprochen, über ein in-person-Kollege zu nächsten Jahren. Ich weiß, es wäre gut für ihn, aber ich... Ich glaube, es ist nicht wichtig, was ich denke. Nee, das ist richtig. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, Sebastian. Das war jetzt aber der Junge. Das war jetzt nicht der Vater von ihr, meine ich. Ich meine, wenn es der Vater ist, gut, dann ist es natürlich... Sollte zumindest ihre Meinung auch eine Rolle spielen. Wenn es jetzt aber irgendwie der Bruder ist oder so, klar. Der muss natürlich an sich ein bisschen denken. Das ist super, dann gib mir das einfach, dann ist dein Sparspein wieder leer, quillt nicht mehr über. Und ich habe ein bisschen Geld, um hier vernünftig was machen zu können. Ja, wissen wir doch. Ja, wissen wir, wissen wir. Das kürzen wir jetzt mal ab, weil das war ja in der letzten Folge, glaube ich, gerade erst. Du, bist du Justin? Da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher. Nee, Sebastian, nicht Justin, genau. Ja, habe ich. Soll ich ihm... Kann ich ihm das geben? Nee, kann ich ihm aber auch nicht geben. Nee, okay, dann... Dann nicht. So, wir haben 4 Uhr nachmittags. Okay, da ist die Schule auf jeden Fall schon geschlossen. Weil die sind immer so lange in der Schule gewesen bisher. Ich weiß auch nicht. Oder ich war immer morgens da. Keine Ahnung. Okay, ähm... Wir können jetzt eigentlich nichts mehr machen. Auf den Schuppen warten wir jetzt noch. Aber wir haben Post. Wieso haben wir Post? Terra. Ich habe gerade die Ranch verkauft. Hier ist der Anteil am Verkaufspreis. Der neue Ranger kommt morgen an. Können Sie ihn begrüßen? Herzlichst, Bürgermeister Otto. Wie? Verkauft? Ich denke, ich werde jetzt neuer Ranger. Hä? Ist das euer Ernst? Das ist meine Ranch. Lass die in Ruhe. Och, Mann. Oma, haben wir mit dir eigentlich schon gesprochen heute? Ah, doch. Anscheinend schon. Mit der kann man nicht mehr reden. Ähm... Wir hatten aber für irgendwas noch Zucker geholt. Ich glaube für Muffins oder so. Oder für was anderes. Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Rezepte. Ähm... Cupcakes. Meine ich doch nicht Muffins. Ähm... Ja gut, Weizen können wir selber herstellen. Zucker. Ja, bekommt sie wahrscheinlich auch nur aus der Stadt. Na, so können wir dann so in dem Sinne gar nicht herstellen. Den müssten wir auf jeden Fall immer kaufen. Gut, der, hoffe ich zumindest, kostet jetzt nicht so viel. Müll. Hm... Jetzt müssen wir nur mal schauen. Hat die noch... Ne, Moment. Hat sie noch geöffnet? Ja. Im Moment ja. Nicht abhauen, bitte. Auch wenn du schließen willst. Hier ist noch Kundschaft. So... Geld brauchen wir jetzt zumindest für nichts Spezielles. Klar möchte ich dann auch wieder Geld sparen, aber brauchen wir jetzt nichts. Was habe ich gesagt? Mehl und Zucker, genau. So, und Mehl. Haben wir zumindest... Warte mal, kann ich dir die Sachen verkaufen? Ne, dir kann ich die Sachen nicht verkaufen, ne? Ne, ne, du kannst nur die... Ja, ja, okay. War jetzt ein Denkenfehler. Okay, mit dir habe ich in der Bar, glaube ich, heute schon gesprochen. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wann ich mit wem wo gesprochen habe. Und es tut mir jetzt wirklich leid, dass wir auf die 40 Minuten zugehen. Ich eile jetzt erstmal ganz schnell nach Hause, um meine schöne Abschiedsszene zu machen. Weil ich fand das immer so schön, dass da dann der Tag beendet wurde. Und dann beim Aufwachen der neue Tag gestartet ist. Und, ähm, ja. Warte, bis Parker fertig ist. Dafür brauchen wir... Achso, aber das müssen wir noch wegmachen. Ach, das müssen wir noch wegmachen. Dann brauchen wir eine bessere Spitzhacke. Aber die Bäume können wir doch nicht wegmachen hier. Hmm. Also nächstes, was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall eine verbesserte Spitzhacke zu besorgen. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Das heißt, wir müssen nächstes Mal wieder in die Minen reingehen, so wie es aussieht. Aber wir kümmern uns erstmal drum, was mit der Ranch passiert. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Time for bed!